Ich gehe mal zu einer besonderen Dame, die wir heute auch schon im Programm hatten, die heute auch schon ein Rennen gewonnen hat, wo wir auch schon eine ganz besondere Story zu ihrem eigenen Pferd erfahren haben und wo wir auch schon beim Pferd mal vorbeischauen durften, so einen kleinen Krankenbesuch machen. Denn wir haben ja zum Ende eines Renntages immer eine ganz besondere Ehre für einen Aktiven, für eine Reiterin oder einen Reiter und das ist in dem Fall unser Jockey des Tages. Ja, es würde sich ja anbieten, dass Baujan Mozabaev, das ist denn, der hat zwei Rennen gewonnen, aber der ist so oft Jockey des Tages, dass wir gesagt haben, für diesen tollen Sieg auf Lady Vivian ist das unser Jockey des Tages, Sarah Bisse hier aus München. Gratulation, jetzt sehen wir nochmal deinen schönen Sieg. Danke schön.